So Leute, heute schauen wir mal wieder Unusual Memes. Wir hängen ein bisschen vielleicht zurück, aber das macht nichts, denn wir schauen jetzt Unusual Memes Compilation Folge 188 und ich bin sehr stolz auf mich, dass ich Compilation richtig gesagt habe. Und ich würde sagen, let's go! Ich hab's richtig gesagt, ich hab's richtig gesagt, ich hab's richtig gesagt, oh yeah! Oh no! Oh, 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 oh! Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Leute, aber wenn Essen runterfällt oder ein Bierchen umkippt oder keine Ahnung was, da kann ich nicht lachen, das ist für mich traurig. Wenn Essen, weiß ich nicht, da bricht mein Herz, da bricht mein Herz. Nein, mit dir. Nein, ich sag's auch noch! Ich sag's auch noch! Nein! Nein! Und ich hab's auch noch gesagt! Oh! Nein! Oh, das tut so weh! Das tut so weh! Oh! 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 ich will nicht mario kart spiele 1,2,1 Oh nein, ist das Mori? Oh mein Gott, er macht alles daneben! Oh mein Gott! was passiert hier schon wieder das irgendwie ein training für das sport oder sowas das ist irgendwie so ein richtig krasses training aber sieht unglaublich cool aus ich weiß auch nicht ja ja ich werde diese Tacos oh hier wir go ok hier was 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 das war süß oh gott das war süß es ist der ganze okay es kann man sit da mit dem anderen so the next thing i'm going to talk about is bro can you can you record properly we put the windows down it's just a little hot in here ja 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 Es ist gerade Oh, süß Oh, süß Oh, no, no 3, 2, 1 It's not ready, I'm ready Oh, f*** Ouch Sorry Sorry Jeez es war einfach fake ach so ich dachte ich habe das gerade nicht so gut gelesen ich dachte ah ok nevermind 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 oh es ist fein was Was? Züüüüüs! Aaaa! Aaaa! Soll ich auch? Aaaaaa! Cute! Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch. Es war doch mal wieder eine richtig geile Compilation. Haben wir lange nicht mehr geschaut. Sehr, 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 sehr nice wieder. Und ja, like gerne das Video, lasst ein Abo da, lasst was in den Kommentaren da, schaut noch mehr Videos und dankeschön fürs Zuschauen! Bye bye! Bis zum nächsten Mal!